Ich will Türen öffnen in meinem Wahlkreis für neue Ideen und ich will Türen öffnen in Stuttgart für die Anliegen meines Wahlkreises. Denn wir alle kennen das, vor Ort sind Veränderungen in gewissem Rahmen möglich, Veränderungen der Rahmenbedingungen aber nicht. Und ich will an die Rahmenbedingungen ran, in der Bildung, in der Gesundheit, in der Mobilität und in vielem mehr. Hier braucht und hier verdient der Hochrein einfach mehr Aufmerksamkeit. 2009 bin ich in die SPD eingetreten und egal ob als Vorsitzender des Ortsvereins Bonndorf, als stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Walzhut oder als Delegierter verschiedenster Parteiversammlungen und Parteitage. Ich habe mich von Beginn an an Franz Müntefering gehalten, der einmal gefordert hat, heißes Herz und klare Kante zeigen. Jedenfalls kann ich sagen, dass ich Politik von Grund auf gelernt habe und genau weiß, was die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinden und Städte in meinem Wahlkreis umtreibt. Und natürlich auch die Ortsvereine der SPD, von denen ich viele persönlich betreue. Bei der letzten Wahl hat sich mein Einsatz auch in Stimmen und Sitzen ausgezahlt, völlig gegen den allgemeinen Trend. Zum Beispiel in Bonndorf oder auch in Höchenschwand. Mich beschäftigt vor allem der Gedanke an Gerechtigkeit. Und die kann nur ein aktiver Staat durchsetzen und eben nicht ein entfesselter Markt. Genau hier unterscheidet sich die SPD übrigens auch von den anderen Parteien. Jedenfalls, wo bleibt denn die Gerechtigkeit, wenn zum Beispiel ein Prozent der Deutschen ein Drittel des gesamten Vermögens besitzt? Und wo bleiben denn die gleichwertigen Lebensverhältnisse, gerade in ländlichen Räumen, wenn hier zum Beispiel Ungleichheit herrscht in der Versorgung mit Erzieherinnen und Erziehern, mit Pflegerinnen und Pflegern? Ich will aber gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Baden-Württemberg. Nicht umsonst ist in unserer Landesverfassung ja die Rede von der Verantwortung, das Gemeinschaftsleben nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit zu ordnen. Als Lehrer und Personalratsvorsitzender an einer beruflichen Schule sehe ich die größte Herausforderungen natürlich in der Bildungspolitik, was ja das Landesthema schlechthin ist. Ich will endlich das Schulchaos beenden, damit die soziale Schere nicht noch weiter auseinander geht. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Schulen und Schulträger brauchen endlich Planungssicherheit, das heißt eine längerfristige Öffnungsperspektive. Wir brauchen eine alltagstaugliche Teststrategie. Wir brauchen eine funktionierende digitale Infrastruktur. Wir brauchen mehr lehrendes und nicht lehrendes Personal. Dasselbe gilt auch für Kitas, die übrigens gebührenfrei sein sollten. Nur so gelingt uns am Ende des Tages Bildungsgerechtigkeit herzustellen, damit junge Menschen dieselben Chancen bekommen, in ihr Leben zu starten. Und in anderem dafür möchte ich in Stuttgart auch kämpfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die sogenannte große Politik nicht ohne Verwurzelung auf Ebene der Kommunen oder Kreise und auch nicht ohne Verortung in den Regionen möglich ist. Und ich bin mir sicher, dass die große Politik auch nicht ohne die vielen Menschen vor Ort funktioniert, die mit unglaublichem Herzblut bei der Sache sind und mich immer wieder aufs Neue anspornen. Gemeinsam mit Ihnen will ich für den Wahlkreis 59 Waldshut-Rheinfelden in den Landtag einziehen, um dem Hochrhein die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die er braucht und die er verdient. Darum freue ich mich über Ihre Stimme am 14. März. Vielen Dank.